Ich bin Henning Knutzen. Ich bewirtschafte einen 100 Hektar großen Biobetrieb hier in Hürup in Angeln und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Kompost- und Humuswirtschaft und wir versuchen, dieses als Alternative im ökologischen Landbau umzusetzen. In diesem Jahr bin ich in der vierten Ernte im ökologischen Landbau. Man kann deutlich mehr erkennen an den Kulturen, wie sie wachsen. Wir setzen hier einen speziellen Kompost-Tee ein und ich werde Ihnen jetzt gleich einige meiner Felder zeigen, wo man sehr schön die Unterschiede zum konventionellen Landbau erklären kann. Ich stehe hier, weil wir auf der rechten Seite einen konventionellen Weizenschlag, Winterweizenschlag sehen und auf der anderen Seite haben wir hier meinen ökologischen Weizenschlag. In diesem Jahr bin ich sehr zufrieden, weil der Boden sich inzwischen so umgestellt hat, dass ich einen relativ guten Ertrag erwarte und das mit relativ geringen Kosten. Ich werde jetzt mal in den Bestand reingehen und zeige mal die Unterschiede an den Pflanzen. Hier kann man mal die Unterschiede sehen. Links haben wir den Öko-Weizen, beides Winterweizen. Rechts haben wir den konventionellen Weizen. Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass wir eine sehr lange Trockenheit hatten. Wir hatten über sechs Wochen, nahezu acht Wochen überhaupt keinen Regen, eine Frühjahr-Sommer- Frühjahr-Sommer-Trockenheit und man sieht natürlich, dass der Öko-Weizen deutlich höher ist. Das liegt aber auch daran, dass der konventionelle Weizen kurz gespritzt wird, in der Regel mit Zykozel oder Alternativen, also mit Pflanzenhormonen, damit der zur Ernte nicht umkippt, damit er erntefähig ist. Der Öko-Weizen ist so gesund, dass er zur Ernte von alleine nicht umkippen wird. Der hier, der hat so viel Stickstoff drin, dass der Halmgrund weich wird und dass er kurz gespritzt werden muss. Sonst würde er auf jeden Fall umkippen zur Ernte und nicht erntefähig sein. Dann hat man bis zu 100 Prozent Ertragsverlust. Das Weitere ist zu sehen, dass hier einzelne Krankheiten sich schon ausbreiten. Die sind natürlich auch schon mehrfach gespritzt worden und im Öko-Weizen sind so gut wie auf den Blättern überhaupt keine Krankheiten. Er sieht sehr gesund aus und ich erwarte daher auch einen hohen Ertrag. Im Einzelnen kann man mal hier die Ehren auseinander nehmen. Wir haben hier die Öko-Ehre. Jetzt nehme ich hier eine konventionelle Ehre raus. Also das ist die Öko-Ehre, das ist die konventionelle. Und wenn man mal die Spindelstufen nachzählt, kann man schon sehen, beim konventionellen Weizen hat er angefangen, schon einzelne Körner zu reduzieren. Das wird also keine Kornausbildung stattfinden. Hier unten kann man mindestens drei abzählen. Fangen wir mal beim vierten an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn und eine vierzehn Anlagen, um Körner zu bilden. Und hier beim Öko-Weizen ist überhaupt keiner reduziert. Da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, 21, 22 Körneranlagen pro Ehre. Und damit hoffe ich, dass wir auch einen relativ hohen Ertrag erreichen können. Und wir haben das bei deutlich verringerten Kosten. Also hier sind an Düngung und Pflanzenschutz 250 bis 300 Euro pro Hektar schon reingegangen. Bei mir nur ein Bruchteil über eigenen Kompost, über Steinmehl und unsere besondere Mischung. Und gleichzeitig können wir hinterher noch einen höheren Preis erzielen als über den konventionellen Weizen. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr einen echt guten Öko-Anbau zeigen können. Ja, hier haben wir einen schönen Sommer-Öko-Weizenbestand in diesem Frühjahr gesät. Und er steht nach Kleegras. Und man kann sehen, wir haben hier ein sattes Grün und kein Blau. Also es ist ein wirklich grüner Bestand. Wir haben genügend Bestandsdichte. Klein bisschen Problematik haben wir, weil das Unkraut auch ganz gut mitwächst hier. Aber auf diesem Bestand bin ich wirklich stolz. Wir haben hier etwa zehn Kubikmeter pro Hektar Kompost-Tee drin. Und ja, die Pflanzen danken uns das. Und auch hier kann ich mit einem hohen Ertrag rechnen. Und ich rechne vor allem auch mit einer guten Qualität, dass wir vielleicht eine Backqualität hinbekommen. Da ist mir wichtig, dass man einen guten Eiweißgehalt da drin hat. Und der ist natürlich auch wichtig mit dem zur Verfügung stehenden Stickstoff. Hier haben wir jetzt einen Winter-Tritikale-Bestand. Der ist nach Gersten Erbsengemenge gesät. Und auf der rechten Seite ist Kompost-Tee, zehn Kubikmeter pro Hektar etwa, gesprüht worden. Die Pflanzen sind in der Ehrenausbildung und in der Kornfüllung deutlich höher und deutlich größer. Auf der linken Seite ist jetzt nichts hingekommen von dem Kompost-Tee. Die Pflanze ist deutlich gelber. Die Ehren sind kürzer und kleiner. Und auch etliche Körner sind schon reduziert. Die werden keine Ausbildung mehr haben. Das bedeutet, dass wir ganz erfolgreich unseren Kompost-Tee in diesem Jahr getestet haben. Und auch hier erwarten wir einen hohen Ertrag. Und ich kann es jedem Landwirt empfehlen, in Zukunft Kompost-Tee einzusetzen und seine Gülle so aufzuwerten.